Herzlich Willkommen bei Dr. Day. In diesem Video möchten wir über den Puls-Sauger von Kessers sprechen. Welche Features dieses Modell hat, sowie die Vor- und Nachteile, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Herzlich Willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Unterhalb des Videos findet ihr das aktuelle Angebot, das wir für euch gefunden haben. Schaut dort einfach mal vorbei, um euch den besten Deal zu sichern. Pulsauger sind wichtige Helfer bei der Reinigung von Puls. Von der Optik und Funktion erinnern sie etwas an Staubsauger. Ein besonders guter Pulsauger ist das Modell von Kessers, den es in zwei Varianten gibt. Einmal für 15 Kubikmeter und einmal für 25 Kubikmeter Puls. Der leistungsstarke Lithium-Akku garantiert den Einsatz von bis zu 60 Minuten. Außerdem ermöglicht der 2000 mAh Power-Akku eine effiziente Reinigung des Puls bis zu einer Wassertiefe von 3 Metern. Mit dem flexiblen und hohen Neigungswinkel des Bodensaugers erreicht man alle schmutzigen Stellen. Dieses Modell ist außerdem erweiterbar mit verschiedenen Aufsätzen. Zudem ist eine Verbindung an eine Pulteleskopstange möglich, um so schwer zugängliche Stellen problemlos zu erreichen. Schaut dazu einmal in die Videobeschreibung hinein, denn dort findet ihr mehr Infos zu diesem Thema. Dieses Gerät ist ausgestattet mit einem Dual-Filter-System und ist leicht zu reinigen. Man kann ihn mit normalem Wasser auswaschen, was ihn zu einer umweltfreundlichen Option für die Reinigung des Puls macht. Zu den Vorteilen von Pulsaugern zählt, dass sie mit jeder Beckenform zurechtkommen, was beispielsweise bei Pool-Robotern tendenziell nicht der Fall ist. Kleiner Nachteil bei diesem Modell, eine Reinigungsbürste muss separat bestellt werden. In der Infobox findet ihr übrigens den Link zum besten Angebot, das wir für euch finden konnten. Ein weiterer Vorteil von Akku-Pulsaugern liegt darin, dass sie nicht über eine Filteranlage angeschlossen werden müssen, da sie sowohl über ein eigenes Filtersystem als auch über eine eigene Stromquelle verfügen. Das hat den Vorteil, dass ihre Saugleistung nicht von der Filteranlage, sondern allein von der Stärke des eingebauten Elektromotors abhängig ist. Akku-Pulsauger sind im Allgemeinen eine gute Lösung für kleinere Schwimmbecken, bei denen sich der Einsatz eines Pool-Roboters noch nicht lohnt. Wichtige Faktoren bei Pulsaugern sind im Allgemeinen die Pumpleistung, der Vorfilter und die Reichweite. Je höher die Pumpleistung ist, desto effektiver arbeitet der Pulsauger. Hochwertige Pulsauger verfügen über einen Vorfilter. Das hat den Zweck, grobe Partikel herauszufiltern, bevor sie die Filteranlage erreichen. Dadurch wird die Maschine weniger belastet. Die Einsatzreichweite eines Pulsaugers entscheidet sich an zwei Merkmalen. Der Länge des Teleskopstabs und der Länge des Saugschlauchs. Bei Akku-Pulsaugern fällt der Saugschlauch weg, da sie einen eigenen integrierten Filter besitzen. Die Länge der Teleskopstange sollte im ausgezogenen Zustand mindestens der Tiefe des Puls entsprechen. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick über den Pulsauger von Kessa geben. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo freuen wir uns natürlich. Bis zum nächsten Video, auf Dr. Day!